Gude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Es gibt hier spektakuläre Neuigkeiten. Endlich ist es rausgekommen, das neue Gazos von Mero, von Hotplot. Endlich hier erhältlich, 12,99 Euro, die ganze Platte bei uns und im Online-Shop ebenfalls. Noch eine Neuheit, ganz wichtig, Nippon Weiß ist jetzt am Markt. Könnt ihr für 1,79 Euro bei uns bekommen. Ist ganz neu rausgekommen. Ich denke, wir sind sogar die Ersten, die es anbieten können. Alpro Hafermilch haben wir ohne Zucker, statt 2,89 Euro für 49 Cent. Chio-Chips in verschiedenen Sorten, 1,11 Euro. Und hier nur noch im Laden erhältlich, in kleinen Mengen, die Letta 450 Gramm für 79 Cent. Online bereits ausverkauft. Knallerpreis, ich gehe mal hier rum. Milka-Kekse in den besten Variationen. Die Wafer sind auch dabei. Hier Cookie Sensation Oreo, 1,11 Euro jeweils. Die gibt es auch nur im Laden zu dem Kurspreis. Datteln gibt es, 400 Gramm für 1 Euro. Amerikanische, Mau am Kracher, USA Edition für 2,99 Euro. Dr. Oetker, Puddingpulver im Dreierpack für 49 Cent. Wahnsinnspreis. Und hier wieder reingekommen, Twinkies, Original, haben wir für 4,99 Euro. Und die ganzen anderen Sorten kosten 5,99 Euro. Zum Beispiel hier Hoos, Cupcakes, Baby Buns, Dong Ding, Ding Dong. Twinkies, Banane, Food Price, auch neu, Apfelgeschmack, Cinnamon Rolls, Cupcakes und hier gibt es noch mehr Donets Mini. Was haben wir noch? Pancetta al Pepe. Südtiroler Speck. Aber wirklich hier vom feinsten 1,99 Euro das Stück. Es gibt Rostbratwurst, 720 Gramm zum Grillen und Braten. Extrem lecker, 2,99 Euro. Dann die Käsetüte, aber jetzt die Originale aus Frankreich. Ist wieder da, so wie ihr das gewohnt seid. Hier ist alles Gute mit drin für 12 Euro dieses Mal. Dann haben wir Kehrgarten à la ungesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro. Ist auch ein super Preis, würde ich sagen. Aus der Region von der Firma Stumpf, hier aus unserer Heimat. Gebrühte Krakauer mit Paprika, 280 Gramm für 1,99 Euro. Ist fast der halbe Ladenpreis. Und gewohnt Top-Qualität. Dann haben wir, da kommen wir rum. Hier ist noch ein Kunde im Laden hier. Kerrygold, Scheibenkäse, verschiedene Sorten. 1,29 Euro. Wir machen nie zu hier. Die Kunden, die können immer reinkommen. Dann haben wir hier, Raffioli sind das. Das sind, Moment, jetzt muss ich mal lesen. Ricotta Spinat Raffioli, 69 Cent. Wahnsinnspreis. Und jetzt wird es kalt. Und zwar hier Tiefkühlware, aber wirklich tolle Sachen hier. Pflaumenstreuselkuchen. Ich muss selber lesen, weil ich ja keinen Kuchen esse. Bin gerade am Abnehmen. Apfelkuchen. Seht richtig, richtig gut aus. Ich werde ihn probieren. Mondstreuselkuchen. Auch hier vom Feinsten. 550 Gramm. Diese Lechkuchen, nennen wir die, kosten 2,49 Euro bei uns. So, dann ist gekommen. Pangasiusfilet, 1000 Gramm. Hier 4,99. Venusmuscheln, 1000 Gramm. 4,99. Hähnchen, Brustfilet. Drei große sind das hier. Das sind ca. 300 Gramm jeweils für 4,99. Iglo, Goldmais, 89 Cent. Dann haben wir hier so ein Sushi-Set. Jawohl, 2,99. Garnelen dürfen nicht fehlen. 1000 Gramm. Was haben wir denn da dran? 8,99. Und hier Chicken Fingers, 1000 Gramm. 4,99. Paniert. Und jetzt, hier kommen meine Lieblinge. Die Backbri. Auch 1000 Gramm. Käse. Paniert. 4,99. Und ihr habt darauf gewartet. Die Mozzarella-Sticks in 1000 Gramm sind wieder da. Zum kleinen Preis. 4,99 Euro. Das lohnt sich. Die sind richtig gut. Ihr kennt das ja schon von uns. Und kommt einfach vorbei. Und holt es euch ab. Das alles und noch viel, viel mehr hier im Lagerverkauf. Freilinger, Gießen, Marburger Straße. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und besucht den Online-Shop lebensmittel-sonderposten.de. Wir haben so viele neue, schöne Artikel reinbekommen. Es lohnt sich immer mal reinzuschauen. Okay, ihr Lieben? Und jetzt, ich muss nach Los, nach Berlin. Mein Zug fährt bald. Ich muss zum DFB-Pokal-Finale Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. Der Eintracht, die Daumen drücken. Und das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, euer Benni. Und dann, ich muss mich wieder flyer. Und dann, ich muss mich wieder phahu und jenble. Anze Underground-Finale Eintracht Frankfurt gegen Leipzig.